Einer weniger. Drei weniger. Ihr wisst, wohin das führt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute dreht sich mein Video um den Kommandanten Hermann Prime. Warum Prime? Weil es von ihm eine epische Version und eine goldene Version gibt. Dies hier ist die epische Version und der gerade gezeigte ist die Prime Version. Hier. Schauen wir uns als erstes die Talente an, die dieser Kommandant hat. Da haben wir hier einmal Bogenschützen, Vielseitigkeit und Unterstützung. Das zeigt uns schon mal direkt zu Anfang, dass das ein Kommandant ist, der unterstützt. Schauen wir uns einmal die Animationen von Hermann, von der Prime Version. Die Animation kommt immer, wenn der Kommandant seine aktive Fähigkeit raushaut und das ist jetzt der Fall. Wir haben hier einen halbförmigen Bereich, in dem er Flächenschaden macht. Hier kommt der Wolf und dann machen wir in einem halbförmigen Bereich Flächenschaden an bis zu drei Zielen. Das sehen wir aber gleich auch noch einmal in der Beschreibung der Fähigkeiten. Hermann Prime, die Fähigkeiten. Die Fähigkeiten von Hermann haben wir einmal hier die aktive Fähigkeit des Kommandanten, sowie drei weitere passive Fähigkeiten plus die Expertise. Bei der aktiven Fähigkeit haben wir eine Wutanforderung bzw. Wutkosten in Höhe von 1000, wie bei den meisten Kommandanten. Und es ist eine Flächenfähigkeit. Fügt bis zu drei gegnerischen Truppen in einem fächerförmigen Bereich direkt Schaden zu. Schadensfaktor 2000. Jedes zusätzliche Ziel verringert den jedem Ziel zugefügten Schaden um 15%. Von diesem Schaden betroffene Truppen werden 10 Sekunden lang mit zwei Stapeln Gift belegt. Der Gifteffekt ist bis zu 15 mal stapelbar und seine Dauer erneuert sich, wenn ein Stapel hinzukommt. Für jeden Stapel Gift, mit dem eine Truppe belegt ist, erleiden sie 3% plus 3% Fähigkeitsschaden. So, wir haben jetzt hier natürlich bei der ersten Stufe 1200, 2400, 1600, 1800 und 2000. Zudem werden diese drei Ziele, die hier getroffen werden, jedes Mal mit zwei Stapeln Gift belegt, die halt dann verursachen, dass das Ziel 3% bzw. 6%, weil ein Stapel gibt ja 3%, also 6% mehr Fähigkeitsschaden erleidet. Die zweite Fähigkeit, und hier haben wir eine passive Fähigkeit. Die Bogenschützeneinheiten dieses Kommandanten erhalten 20% Angriff, 20% Verteidigung und 15% Marschtempo. Ich sage euch die Werte auf dem Maximum. Natürlich haben wir hier geringere Werte, wenn ihr diese Fähigkeit nur auf 1 habt. Na, wenn ihr die auf 5 habt, habt ihr diese Werte, die ich euch hier vorlese. Die dritte Fähigkeit. Wenn die Truppe dieses Kommandanten andere Truppen auf der Karte angreift, verursachen ihre Flächenfähigkeit 20% mehr Fähigkeitsschaden. Also plus 20% mehr Fähigkeitsschaden. Wenn seine Truppe eine aktive Fähigkeit einsetzt, während sie eine andere Truppe auf der Karte angreift, verliert ihr aktuelles Ziel 2 Sekunden lang 20% Verteidigung. Ziemlich geil, sage ich euch. Ziemlich geil. Die Bogenschützeneinheiten dieses Kommandanten erleiden 5% Schaden durch Kavalerie, fügen Infanterie aber 5% mehr Schaden zu. Hier sehen wir auch nochmal die Aufwertungsvorschau, bei welchen Punkten wir sind. Die Fähigkeit besagt eigentlich das, man macht halt 20% mehr Fähigkeitsschaden, sollte soweit klar sein. Wenn du dann eine aktive Fähigkeit einsetzt, dann bekommt das Ziel ebenfalls nochmal einen weiteren D-Buff und zwar 20% Verteidigung verliert das Ziel, was man angreift. So, dann haben wir noch die vierte Fähigkeit. Die Truppe dieses Kommandanten erleiden weniger Schaden durch vergiftete Truppen. So, wir erinnern uns an die erste aktive Fähigkeit. Er macht Giftschaden an drei Zielen vor sich, in einem Fächer halbförmigen Bereich. Schadensverringerung gleich Stapel mal 1, beziehungsweise 1%. Das heißt, du hast zwei Stapel Gift dem Ziel zugefügt, also erleidet man 2% weniger Schaden von dem Ziel. Wenn eine Truppe einen Basisangriff startet, hat sie eine 10% Chance, bis zu drei gegnerischen Truppen in einem fächerförmigen Bereich zusätzlichen Direktschaden zuzufügen. Schadensfaktor 200, jedes zusätzliche Ziel, verringert den jedem Ziel zugefügten Schaden um 15%. Truppen, die von diesem Schaden betroffen werden, werden 10 Sekunden lang mit zwei Stapeln Gift belegt. Abgängszeit 3 Sekunden. Das bedeutet, wir können mit der aktiven Fähigkeit hier drei Zielen diesen Giftschaden zufügen und nochmal drei weiteren Zielen hier, die einen angreifen. Diese Ziele müssen aber natürlich, beziehungsweise wenn ich jemanden angreife, dann kriegen die natürlich diesen Giftstapel und diesen Schadensfaktor 200. Diese Truppen müssen aber dann in diesem fächerförmigen Bereich, steht ja hier, fächerförmigen Bereich, zusätzlichen Schaden zuzufügen. Heißt, das zeige ich euch nachher nochmal in diesem Video, wenn man in einem halbförmigen Bereich steht, dann bekommt man halt eben nochmal zusätzlich zwei Stapel. Das können natürlich diese Ziele sein, die man so oder so schon angreift, durch diese aktive Fähigkeit hier. Kann aber auch sein, dass das noch weitere Truppen sind. Gucken wir uns noch die Expertise an. Achso, erst nochmal hier unten die Aufwertungsvorschau. Schadensverringerung gegen vergiftete Truppen pro Stapel 0,2%. Und das wird gestapelt bis auf 1%. Der direkte Schadensfaktor ist von 500 bis 200. Und dann haben wir noch die Expertise. Wenn die Truppe dieses Kommandanten gegnerische Truppen 25 Stapel Gift zufügt, löst die Fähigkeit Wald der gefallenen Adler Level 5 aus. Abklingt seit 10 Sekunden. So, welche Fähigkeit ist jetzt diese Wald der gefallenen Adler? Das ist die aktive Fähigkeit. Das heißt, das wird dann nochmal aktiv. Ein weiteres Mal aktiv. Nochmal haut der 2000 Fähigkeitsschaden raus an diesen drei Zielen. Ich zeige euch das einmal hier direkt. Wir haben hier einmal Hermann, keinen Kommandanten dahinter. Und machen das einmal in der Expedition. Wir haben hier 5 Ziele. Bewusst 5 Ziele. So, wir gucken mal, dass alle uns auch angreifen. Und jetzt gucke ich, dass ich die mittlere Person angreife. In dem Fall ist das Saladin. Und wir haben jetzt diesen halbförmigen Bereich. Und wir haben jetzt hier drei Ziele, die von diesem Fähigkeitsschaden, von dieser Vergiftung betroffen sind. Jetzt kommt eine vierte Person hier noch dazu. Und gleich, jetzt haben wir hier sogar tatsächlich auch noch YSG mit dabei. Das heißt, in diesem halbförmigen Bereich sind alle aktuell von diesem D-Buff betroffen. Auch YSG, auch wenn das kurzzeitig jetzt nicht angezeigt wurde. Und wenn wir uns die aktive Fähigkeit angucken. Jetzt kam eine und direkt danach folgt dann die nächste. Und jetzt wieder eine Fähigkeit. Also, wenn man das mal sich beobachtet, wie häufig jetzt kommt wieder der Wolf. Wieder ein Wolf. Also, ne, dieser Wolf ist ja die aktive Fähigkeit. Und wieder ein Wolf. Das heißt, er haut so häufig einfach die aktive Fähigkeit raus. Immer und immer und immer wieder. Und wir sehen hier die ganzen Stapel, die die anderen Truppen haben. Ne, es geht bis maximal 15. Also Stapel 15. Allerdings wird das alles miteinander addiert. So, ähm. Ich zeige euch das einmal hier ganz kurz bei diesem Beispiel. Bei einem anderen Kampf hier. Ähm, aber ziemlich ähnlich. Wir haben hier zwei Ziele, ähm, die jeweils auf 15, äh, sind. Ne, hier einmal den Richards. Hier einmal den, äh, Gengis Khan. Und wir haben zusätzlich auch noch YSG. Bei ihm wird das jetzt aktuell nicht angezeigt. Das ist aber häufiger so, dass die Stapel einfach gar nicht angezeigt werden. Und wir haben hier ebenfalls noch einmal, ähm, CC, der ebenfalls von diesem Schaden betroffen ist. Und, ähm, wenn man das jetzt alles hochrechnet, ist man natürlich bei weitem über 30, äh, Stapel, die diese Kommandanten erhalten. Es wird aber so oder so in der Regel immer weiter gezählt. Das heißt, ähm, das heißt, ähm, es steht zwar eine 15 dran. Die Ziele können auch nur bis zu 45% ähm, gedubuffed werden. Also diese Ziele machen ja 45 bis zu 45% weniger Schaden. Und können dann auch nicht höher, ähm, gehen. Aber diese Stacks zählen weiter. Also das heißt, selbst wenn man 1 gegen 1 kämpft, kann man die Stacks von 25, ähm, äh, Stacks von einem Gift, ähm, äh, Gift, kann man erreichen. Man erreicht sie aber deutlich schneller, wenn man mehrere Ziele trifft. Jetzt hier in diesem Beispiel, ähm, wenn man hier 5 Ziele hat und, äh, jedes Ziel hat 5 Stapel, dann hat man bereits die, äh, 25 Stacks schon erreicht. In dem Falle müssten natürlich alle dann 6 haben und das funktioniert auch nicht ganz so in der Rechnung, wie das jetzt hier steht. Also man müsste, äh, also 3 Ziele müssten halt schon ein bisschen mehr anstags aufgemacht, äh, äh, aufbekommen haben. Denn die, äh, äh, Gift Schaden, die jetzt nicht durch den Flächenschaden gemacht werden, sondern durch die 4. Fähigkeit, die werden ja nicht so schnell so hoch gehen wie die anderen. Außerdem werden die teilweise auch später kommen. Mit anderen Worten muss man aber, oder kann man eigentlich sagen, je mehr Ziele er trifft, je schneller kriegt er diese 25 Stapel aus der Expertise voll. Und, äh, je schneller oder je häufiger haut er seinen aktiven Fähigkeitsschaden raus. Und wir haben das ja eben in dem Video gesehen, oder beziehungsweise eben, äh, bevor ich jetzt diesen Screenshot euch gezeigt habe, dass, äh, der Fähigkeitsschaden von Hermann einfach so häufig kam, Wir können das auch nochmal im 1 gegen 1 angucken, hier mit Hermann gegen, äh, Genghis Khan. Ich hoffe, dass Hermann das auch durchhält, von der Dauer her. So, wir haben jetzt das erste Mal. Das heißt, wir haben hier direkt 4 Stacks sogar bekommen, weil er die 4. Fähigkeit auch gemacht hat. Jetzt kommen 6 dazu, 8, kam kurz nach rauf, 10. Jetzt haut er gerade aktuell sehr, sehr häufig seine, äh, 4. Fähigkeit raus. Jetzt sind wir schon bei, äh, 12. Jetzt kommen 14, 16, 18, 20, 22, 24. Und jetzt kommt auch schon der Wolf das zweite Mal hintereinander, habt ihr gesehen? Naja, es zählt in der Regel weiter. Ich konnte jetzt natürlich nicht sehen, ob jetzt diese Stacks von der 4. Fähigkeit häufiger kamen, ähm, weil halt maximal, dass sie die 15 sind. Allerdings, ähm, haut er trotzdessen diese Stacks immer weiter hoch, damit diese aktive, äh, die, die Expertise greift. Und, ähm, die aktive Fähigkeit halt häufiger rausgehauen wird. So, der Kampf hier geht jetzt verloren. Ich wollte euch das aber auch nur einmal demonstrieren. Jetzt komme ich nochmal ganz kurz auf ein Thema zurück, was ich eben schon mal erwähnt hatte. Er kriegt, äh, einen Debuff. Erstens natürlich, dass er bis zu 15%, ähm, die von diesem Kommandanten erleiden, äh, weniger Schaden durch vergiftete Truppen. Das heißt, wir können bis zu 15 Stapel, ähm, Gift dem Gegner zufügen, anhand der Giftstapel, die angezeigt werden. Das heißt, man kriegt 15% weniger Schaden von diesen Zielen. Der Stapel, den die bekommen von dem Fähigkeitsschaden, also durch diese Giftstacks, geht maximal bis auf 45% hoch. Das heißt, die Ziele können bis zu 45%, ähm, mehr Fähigkeitsschaden erleiden. Aber, um nicht zu vergessen, wir haben auch noch die, ähm, dritte Fähigkeit, die ebenfalls erzeugt, dass ihr, äh, dass das Ziel weniger Verteidigung hat. Also im Großen und Ganzen, ähm, ist das ein, äh, Buff-Debuff-Kommandant, der verdammt stark ist. Kommen wir jetzt zu dem Talentbaum, äh, Baum, beziehungsweise mehr oder weniger Bäumen. Das hier ist der Talentbaum, den ich für Hermann Prime nutze. Es gibt aber noch einen weiteren, der auch ziemlich gut ist. Den habe ich mir hier auf 2 abgespeichert und dieser sieht so aus. Jetzt muss man ein bisschen bedenken, ähm, die aktive Fähigkeit muss so schnell wie möglich ausgelöst werden bei Hermann. Daher, äh, damit die aktive Fähigkeit raus, äh, gehauen wird. Mit diesem Talentbaum holen wir uns hier Wut runter und wir holen uns hier auch ebenfalls einen Wutpunkt runter. Das heißt, es dauert hier ein bisschen länger, bis die aktive Fähigkeit, ähm, greift. Zudem haben wir hier, äh, bei diesem Schild, ähm, allerdings, ähm, wenn die Kommandante, die Truppe dieses Kommandanten Fähigkeitsschaden jeglicher Art erleiden, hat sie eine 50% Chance, 3 Sekunden lang allen eingehenden Fähigkeitsschaden jeglicher Art um 15% zu verringern. Natürlich ist das ein ziemlich guter, äh, Debuff, beziehungsweise, ähm, lässt diesen Kommandanten halt deutlich mehr durchhalten. Was bei ihm auch relativ wichtig ist, weil er halt keine Verteidigung, keine Gesundheit oder Fähigkeitsschadensverringerung, ähm, also dass er weniger Fähigkeitsschaden bekommt, ansonsten er hält. Ich bin mir nur nicht ganz so sicher, ob das so sinnvoll ist, bei ihm so zu machen. Ähm, es gäbe noch eine weitere Möglichkeit, und die mache ich jetzt hier einmal, ähm, live in diesem Video. So, dass wir hier die volle Fähigkeit, äh, volle Wut mitnehmen. Hier nehmen wir das auch auf 3 mit, damit wir die höchsten Punkte haben. Dann haben wir hier oben einen wichtigen Punkt, und zwar, dass wir, ähm, mehr Fähigkeitsschaden machen, bis zu 8%, sehr wichtig. Dann hier nehmen wir die Wut ebenfalls mit. Jetzt haben wir noch 17 Punkte, da würde ich tatsächlich bis hier hinten hin mit hingehen. Und jetzt haben wir noch 8 Punkte. So, diese 8 Punkte aufzuteilen, wird ein bisschen schwierig. Den Fehlseitigkeitsbaum können wir eigentlich komplett vergessen. Wir haben aber hier nochmal zum Beispiel einen Punkt, der Gesundheit gibt. Da würde ich jeweils nochmal einen Punkt reinsetzen, somit haben wir 1% mehr Gesundheit. Und dann haben wir letzten Endes noch, ähm, hier ein bisschen mehr normalen Angriff, den wir machen können. Und hier ebenfalls nochmal einen Angriff, und da würde ich vielleicht die Punkte dann noch hinsetzen. Ich denke, dass das hier zum Beispiel auch ein ziemlich starker, ähm, Talentbaum sein sollte. Das Einzige, was uns jetzt hier fehlt, ist halt der Punkt hier oben, der halt auch ziemlich stark ist. Und zwar, wenn die Truppe dieses Kommandanten ausschließlich Bogenschützen umfasst, äh, ausschließlich Bogenschützen umfasst und einen Basisangriff startet, hat sie eine 10%ige Chance, 2 Sekunden lang einen 5% Bonus auf ihren ausgeteilten Schaden zu bekommen. Abklingzeit, 3 Sekunden, ja, 5% ist jetzt nicht die Welt. Bedenkt aber, dass wir das hier auf Stufe 5 machen können. Das bedeutet, wir haben sogar bis zu 25%, ne, auf den, äh, ausgeteilten Schaden. Das macht schon viel, viel aus eigentlich, ähm, ich würde euch vorschlagen, testet das, was für euch am besten ist. Ähm, die drei Varianten habe ich euch jetzt einmal gezeigt. Ähm, ich bin und bleibe bei dieser, höchstwahrscheinlich, weil die bisher bei mir am besten funktioniert hat. Die Kombinationsmöglichkeiten. Wir müssen uns, das habe ich jetzt gerade eben schon mal angesprochen, ein bisschen bedenken, dass dieser Kommandant nicht wirklich viel aushalten kann. Eben dadurch, dass wir halt, wir haben hier einen Verteidigungsbonus von 20%, das war es aber eigentlich auch schon. Wir machen viel Fähigkeitsschaden, ähm, wir verursachen, dass das Ziel halt viel Fähigkeitsschaden erleidet und so weiter. Von daher ist man ein gutes, äh, Ziel, was gefokust wird. Man sollte mit diesem Kommandanten in der Regel einen Kommandanten zusammenpacken, der, ähm, mehr tanky ist. Daher halte ich einen Kommandanten wie zum Beispiel Heinrich, oder auch Heinrich genannt, und Budika für sehr sinnvoll. Die Tests haben ergeben, ähm, dass, äh, diese, ähm, dass Hermann sehr, sehr gut mit, äh, Tsukliang, äh, funktioniert und das ist in der Tat so. Ähm, allerdings darf man mit Tsukliang definitiv nicht gefokust werden, weil Tsukliang einfach super viel Schaden in einem kreisförmigen Bereich raushaut. Plus die ganzen Debuffs, ähm, die hier durch Hermann verursacht wird, ist er eigentlich ein Ziel, was auf dem Schlachtfeld relativ schnell, ähm, down sein muss. Also getötet werden muss. Na, ich kann euch empfehlen, Prime, äh, Hermann Prime, definitiv mit einem Kommandanten zusammenzupacken, der, ähm, viel durchhält. Und, ähm, damit die, äh, die Stucks, die Hermann macht, auch, ähm, ja, ihre Wirkung entfalten. Ich habe auch Testvideos gemacht, wo ich, ähm, diesen Kommandanten im 1 gegen 1 getestet habe. Ähm, die Ergebnisse waren da ziemlich ähnlich. Allerdings muss man halt bedenken, dass, äh, dieser Kommandant halt nicht unbedingt stark wird durch 1 gegen 1 Kämpfe, sondern halt eben dadurch stark wird, je mehr Ziele er trifft, je stärker wird er. Oder je schneller wird er stark. Na, so kann man es ausdrücken. Wenn man jetzt rein nur auf Damage gehen möchte, dann ist Hermann mit, äh, Suk Liyang eine sehr gute Option. Hermann ist dann auch eine gute Option mit, äh, YSG zum Beispiel. Oder auch mit Ashupanipal. Hat auch sehr gut funktioniert. Ähm. Ähm, OpenField kann man ihn auf jeden Fall sehr, sehr gut benutzen. Was man aber auch sagen muss, ähm, dass die Kombination eigentlich mit Dido als Garnison auch sehr gut, äh, funktioniert hatte. Ähm, ich hatte das mal getestet gehabt. Wir sehen hier zum Beispiel auch, dass das Ziel, ähm, die Stucks erhält. Wenn jetzt natürlich noch mehr Ziele in diesem Bereich, äh, sind, in diesem halbförmigen Bereich, dann gehen diese Stucks natürlich auch, ähm, schneller höher. Jetzt muss man hier natürlich aber auch bedenken, natürlich, ähm, die, ähm, die Rallye, die auf die, äh, Dido hier gehen, das sind, ähm, das ist eine Inf-Rallye. Inf schneidet in der Regel gegen, äh, Bogenschützen immer, äh, recht schlecht ab. Allerdings war das Ergebnis schon, äh, sehr erstaunlich, da die, der Bericht, ähm, besser sogar war, als der mit Dido Hera. Und das hätte ich eigentlich so nicht gedacht. Wir haben jetzt hier auch wieder den Punkt, dass wir hier bei 15 Stacks sind. Wir können jetzt mal gucken, ob er auch hier die, da kommt der Wolf auch das zweite Mal hintereinander, das heißt, die Expertise greift hier auch. Und man muss halt bedenken, je länger der Kampf geht, je häufiger kommt die, ähm, Expertise von Hermann hier raus. Ähm, die, der Test hier, oder die Tests, ähm, die ich gemacht habe, die sind komplett ohne Equipment. Die sind ohne irgendwelche Buffs oder ähnliches und das ist das Endergebnis. Also das war schon ziemlich, ziemlich beeindruckend. Des Weiteren würde ich, äh, sogar tatsächlich auch vorschlagen, dass man, äh, Rallyes führen kann mit, äh, Ashopanipal als, äh, Firstkommandanten und als, äh, Secondkommandanten, den Hermann Prime, äh, muss hier dabei aber darauf achten, was ist das für eine Rallye. Eine Rallye auf eine Flagge ist relativ schnell swarmbar und, äh, wenn man von hinten auf die Rallye draufhaut, dann macht die nicht wirklich viel Schaden. Ich empfehle hier eigentlich eher, ähm, dass, äh, ein Hermann gut genutzt werden kann für Pässe, äh, für Passkämpfe, also wenn man Pässe angreift, ähm, mit Ashopanipal. Und das war es eigentlich auch schon. Also auf Langen oder auf Städte behaupte ich jetzt mal fast, dass sich das nicht unbedingt lohnt, dort ein Hermann einzusetzen. Natürlich absolut open field, ähm, ein Muss. Ich hoffe, euch hat dieses, ähm, Video zu Hermann gefallen. Ihr versteht, ähm, wie er genutzt werden sollte, denn das ist relativ wichtig. Man kann nicht einfach nur in den Kampf reingehen und sagen, joa, ich lasse ihn jetzt mal sterben. Man sollte schon gucken, dass man wirklich einen guten Nutzen mit, äh, ihm ziehen kann, damit er halt auch wirklich stark ist. Ihr müsst halt bedenken, jeder Gegner, den ihr trefft, bekommt mehr Fähigkeitsschaden. Das hilft nicht nur euch, das hilft allen Leuten, mit denen ihr zusammen kämpft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.